Und der Heifisch, der hat Zähne und die Putz der Perlenmais. Hör zu, Herr, ich frage dich jetzt noch ein einziges Mal vernünftig. Kriegen wir eine Klimaanlage? Hey, solange ich einen Pool habe, in dem ich mich vergnügen kann, brauchen wir keine Klimaanlage. Und wie ich schon sagte, dieser ein Fisch hat keine Zähne. Also Kinder, es ist soweit. Lass den Heifisch zu einer Party und alle werden wissen, der Bande ist da. Oh mein Gott, mein Kuh! Das ist Schluss, Mom. Nicht wirklich, ich habe auf Daddy gezielt. Vielen Dank. Vielen Dank.